Der Gabal Verlag präsentiert Ein Verlag, fünf Fragen Verleger und Inhaber André Jünger und Diplomkauffrau und Medienmanagerin Bettina Schmidt führen die Geschäfte des Gabal Verlags. Heute führen wir ein spannendes Gespräch mit Ihnen. Ein Team, wie es im Buche steht. Vom Lesen ins Tun, vom Wissen ins Umsetzen ist das neue Credo des Gabal Verlages mit Sitz in Offenbach. Was steckt hinter diesem Leitspruch? Gabal gilt seit mehr als 30 Jahren als der Praxisverlag unter den führenden Wirtschaftsverlagen. Und vor einigen Jahren fiel unsere Wahl auf den Leitspruch aus der Praxis für die Praxis. Doch um ehrlich zu sein, der Leitspruch ist heutzutage etwas zu kurz gegriffen. Unsere Bücher aus den Bereichen Business, Erfolg und Leben sind hands-on. Und was ich besonders wichtig finde, unsere Autoren, ausgewiesene Experten, die selbst leben, was sie schreiben. Es ist unser Ziel, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre persönlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern, sowie ihre Potenziale zu entdecken und zu nutzen. Wir möchten für Sie bei Gabal daher Inspirator und Enabler, also Ermöglicher sein, und Ihnen helfen, von der bloßen Theorie schnell ins Handeln und umsetzen zu kommen. Daher also unser neuer Leitspruch, vom Lesen ins Tun, vom Wissen ins Umsetzen. Wo steht der Gabal Verlag heute? Wie viele Autoren und Bücher gibt es? Der Gabal Verlag ist auch heute noch ein familiengeführtes Unternehmen. Und darauf sind wir wahnsinnig stolz. Wir haben 1995 mit einer Handvoll Büchern angefangen. Heute haben wir über 800 Titel von 500 Autorinnen und Autoren im Programm. Jedes Jahr kommen ca. 50 neue Bücher hinzu. Außerdem lassen wir mittlerweile knapp 15 Hörbücher im Jahr produzieren. Wir verstehen uns als Wirtschaftsverlag im weitesten Sinne und können uns über eine gute Umsatzentwicklung freuen. Gute Qualität wird bei uns großgeschrieben. Dafür sorgt unser zwölfköpfiges Verlagsteam, sowie die vielen freiberuflichen Hersteller, Lektoren und Grafiker. Unser Gespür für Themen und eine ausgesprochen intensive Autorenbetreuung zählen zu den Erfolgskriterien aus unserer Sicht. Neben den Neuerscheinungen zu aktuellen Themen liegt unsere große Stärke auch in der Backlist. Dazu gehören Grundlagentitel wie Assessment Center, Erfolgreich bestehen, Grundlagen der Mitarbeiterführung, So geht Büro heute oder auch Eat That Frog. Nicht zu vergessen natürlich die 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey, ein Weltbestseller und ein Longseller bei uns in der immerhin 51. Auflage. Allesamt Titel, die stark nachgefragt werden und aus unserer Sicht in jedes Sortiment gehören. Die Geschäftsführung des Gabal Verlages hat sich zum 1. Januar 2020 neu formiert. Gemeinsam mit Verleger und Inhaber André Jünger führt Bettina Schmitt, Diplomkauffrau und Medienmanagerin mit langjähriger Verlagserfahrung, nun im Tandem-Team die Geschäfte. Welche strategischen Entwicklungen planen Sie gemeinsam als Doppelspitze? Der Buchmarkt verändert sich kontinuierlich, ebenso wie die Bedürfnisse unserer Kunden. Neben dem laufenden Programm fokussieren wir uns aktuell auf drei neue Geschäftsfelder, um uns zukunftsfähig aufzustellen. Zuerst einmal arbeiten wir gerade daran, die Themenfelder unseres Programms schrittweise zu erweitern. Aber wichtig ist uns dabei, dass nur solche Themen bedient werden, bei denen wir uns auch wirklich kompetent fühlen, sodass wir die gewohnt hohe inhaltliche Qualität liefern können, die Sie von Gabal kennen. Gabal ist ein Wirtschaftsverlag und genau das werden wir auch bleiben. Das erste neue Spielfeld, das wir im Herbst 2020 betreten, ist die private Finanzplanung. Gewohnt praxisnah, mit persönlichen Geschichten und Aufhängern. Des Weiteren wollen wir unsere Website zu einem Contentportal umbauen, um dem modernen Auftritt unserer Marke auch optisch gerecht zu werden und unseren Kunden das Know-how der Autoren in unterschiedlichen Formen anbieten zu können. Dazu passt auch unsere Submarke Gabal für Unternehmen, die wir ausbauen wollen. Wir bieten dabei Unternehmen an, unsere Titel zu ihren Firmenausgaben zu machen, zum Beispiel mit einem Cover im Design der Firma und einem eigenen Vorwort. Unsere Autoren können dann gleich für Inhouse-Veranstaltungen mit dazu gebucht werden, quasi das Seminar zum Buch, wenn sie so wollen. So können Unternehmen ein Thema erlebbar machen und gezielt in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren. Und auf die Doppelspitze angesprochen. Die Zusammenarbeit im neuen Tandem-Team hat sich bisher absolut bewährt und die Aufgaben gehen uns sicher nicht aus. Wir haben gemeinsam viel vor. Der Gabal-Verlag steht in Buchhandelskreisen für hohe Serviceorientierung. Was zeichnet sie hier besonders aus? Bereits unsere Kampagne aus 1 macht 2 hat gezeigt, dass wir den Buchhandel als wichtigen Partner betrachten und gemeinsam mit ihm Ideen entwickeln wollen. Uns zeichnet aus, dass wir aufgrund flacher Hierarchien schnelle Entscheidungen treffen und unkompliziert handeln können. Unser Vertrieb kann sich gut in die Situation des Buchhändlers vor Ort versetzen. Mit Kerstin Paulukrat haben wir eine langjährige Vertriebsmitarbeiterin mit viel Erfahrung und besten persönlichen Kontakten an Bord. Und Marc Rösch kann sich als ehemaliger Buchhändler besonders gut in die Lage der Kollegen im Handel versetzen und serviceorientiert entscheiden. Unsere Top-Sellerlisten in der Vorschau, viele gemeinsame Aktionen und Events wie Büchertische, Autorenlesungen und Sonderaktionen helfen dabei. Außerdem haben wir immer ein offenes Ohr für kreative und verrückte Ideen. Welche Highlights bietet Gabal im Herbstprogramm 2020 an? Worauf können sich Buchhändler und Endkunden aktuell besonders freuen? Gerne führe ich Sie durch die Highlights des Gabal-Herbstprogramms. Wie angekündigt erweitern wir unser Programm im Bereich Business und Erfolg um den Finanzsektor. Philipp J. Müller, ein Selfmade-Millionär mit Bodenhaftung, eröffnet mit seinem Buch Geldrichtig das Programm. Er zeigt uns allen, wie man sein Einkommen erhöhen, dabei aber trotzdem moralisch handeln und persönliche Freiheit leben kann. Ein positives, optimistisches Buch über Geld. Nicht nur geldrichtig, sondern geradezu goldrichtig in diesen stürmischen, unwäckbaren Zeiten. Eine weitere Verlagspremiere gibt es mit Dialog statt Spaltung. Gemeinsam mit unserem Autor Patrick Nini wagen wir uns an ein gesellschaftspolitisch höchst relevantes, wie auch brisantes Thema. Nini plädiert mit dem Titel Dialog statt Spaltung an uns alle, wieder, ich nenne es verantwortungsbewusster zu kommunizieren, Brücken zu bauen und damit zu einer positiven Debatten- und Streitkultur beizutragen. Spot an heißt es im Herbst bei Gabal für einen Titel, der sich an Führungskräfte aller Ebenen richtet. Die aus dem TV bekannte Moderatorin und Autorin Kai Sölbe-Richter zeigt mit ihrem Partner Christoph Münzner, was es mit Executive Presence auf sich hat und warum ein überzeugender Auftritt als Führungskraft viel mehr als nur gute Körpersprache braucht. Einen echten Knaller, wie ich finde, haben wir mit Erfolgreich Ausbilden im digitalen Zeitalter von Claudia Schmitz im Gepäck. Dieses Handbuch wird sich zum Standardwerk für die Ausbildung 4.0 entwickeln und spricht erstmals alle Zielgruppen gleichermaßen an. Personalentscheider, Personalentwickler, Ausbilder aller Branchen, Auszubildende und auch Berufsschullehrer und Eltern. Last but not least noch eine Empfehlung aus dem Ratgeberbereich. Mit Irgendwann mal werde ich von Anke Fehring erhalten Ihre Kunden 10 Weckrufe, damit sie jetzt neu in ihr Leben starten. Unsere Community durfte übrigens auf Facebook und Instagram das Cover zum Buch mitbestimmen. Zur Auswahl standen zwei Entwürfe. Wir werden solche interaktiven Aktionen auf Social Media fortführen, denn über die hohe Resonanz haben wir uns sehr gefreut. Bettina Schmidt und André Jünger, vielen Dank für das Gespräch. Ein Verlag, fünf Fragen Mit André Jünger und Bettina Schmidt Präsentiert vom Gabal Verlag Mehr Informationen finden Sie unter gabal-verlag.de Mehr Informationen auf Social Media